Trotzdem will ich sagen, wir beeilen uns. Wir beeilen uns sowieso immer. Ja, zack ist alles leer gelootet. Holger Helm. Gute Nachrichten, wir sind demnächst ein. Och, gibt's das? Kommst um die Ecke, keine Waffe. Lower Helm. Komm. Erstmal überhaupt, was da ist. Ja, erstmal wissen. Stufe 2. Das könnte ich brauchen. Toi, jetzt krieg ich das dann weiter zum Magazin, ey. Das hätt ich da vorher in der Runde gebrauchen können. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Stop. Hier ist ein Spitfire. Ute unterstützt die Waffe für Mittlerer entfernen. Helm haben wir genug. Und was bringen wir zu Helm? Sonst nix finden. Nein, 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 nein. Brauchen wir nur noch Muni. Äh, ja. Das leidliche Thema. Mhm. Kennt man ja irgendwo her, ne? Deswegen bin ich froh, dass ich meistens der einzigste von uns bin, der, äh, der Energie Muni spielt. Also ich hab grad die Elster bei mir. Die hab ich auch. Die hatte ich auch, aber jetzt hab ich dafür die Spitfire. Entweder die Volt oder die Elster und dann... War schon einer von euch hier? Ja, da war ich. Deswegen bin ich grad am Verlegen, ob ich nicht die Hemlock noch wechsle. Hier ist ein erweitertes schweres Magazin. Stufe 3. Weil... zuge auf. Schwere Munition. Deswegen bin ich grad am Verlegen. Überlege. Hier ist Kugeln. Du kriegst meine Energie Munition. Ist zwar nicht viel, aber... Stufe 4. Woll ich auch nicht. Woll ich auch nicht. Wie, du willst meine Energie Munition, nicht? Wir sind immer wieder. Ein Problem weniger. Na doof, wir sind ja direkt in der Zone. Aber es ist doch doof. Ist gut. Jetzt noch ein bisschen schwere Munition und dann... läuft's. Schwere Munition haben wir alle jetzt abgelegt. Hier hab ich einkassiert. Ich hab aber auch nur 100 Schuss. Achtzig hat ich ja. Ich sag ja, ich hab nicht viel. Ja, deswegen hab ich ja noch gewechselt. Boah, ich hab 50 drinne. Und 85 als Reserve. Es ist nur noch die Hälfte des Quartz übrig. Deswegen hab ich jetzt mal... aus... was den Bogen ausprobiert. Wollt mal den Bogen ausprobieren. Damit kannst du auch schnell hintereinander schießen. Machst du immer 60 Schaden. Oder waren das 35 Schaden? Dann hab ich eben noch am Schießstand mit mir ausprobiert. Mhm. Was? Ja. Hier ist schwerer. Ach da. Ja. Hier ist schwere Munition. Neuer Kehlspitzen. Hui. Vorsicht. Neuer Kehlspitzen. Neuer Kehlspitzen. Für Energie Munition hab ich jetzt erstmal genug. 280. Da ist ein Sensor und da ist auch noch zu. Gehen wir mal. Gehen wir mal rein und gucken. Ich hab hier ein Evo Schild. Stufe 2. Danke. Hier ist ein Helm. Stufe 2. Hier ist schwere Munition. Danke. Vielen Dank. So Muni bin ich voll. Ich baue hier noch ein kleines Medi-Kit. Und eine große Schildzelle. Und dann. Ja da nehm ich mal wieder. Bin ich glücklich. Ah wieder ein Schild. Der Hitzeschild. Hat uns gerade auch den Arsch gerettet. Na ja voll. Guck mal wo die nächste Zone ist. Oh. Das sieht gut aus. Das ist glaube ich gleich nicht mehr machbar. Da. Äh. Äh. Aber er ist gut. War ja ein Lila in Style für mein Boot. Kann ich doch wieder gucken ne? Gucke ich doch mal gleich. Ist auch gleich hier. Ja. Wollen wir da schon mal Stellung beziehen gehen? Boah, da waren die. Da können wir noch hin? Oder das? Genau, in der Mitte? Da können wir hin oder halt dort hin. Hm. Ich entscheide hier nicht alleine. Von dem, wie der Ring bis jetzt sich geschlossen hat, wäre eigentlich hier am logischsten. Ja, da können wir auch hin. Da waren wir ja. Erstmal rüber gehen. Ich hoffe, dass wir nicht aufs Maul kriegen. Ach, das letzte Sunny Package, was ich haben wollte. Da brauche ich nur noch die Erweiterung für meine. 3-0-1. Hm, die werden wir wohl nicht mehr kriegen. Ja, die jetzt beim letzten Match, weißt du. Aber nicht, dass das mit dem Magazin ist. Ja, hundertprozentig. Sind wir das dann nicht alle? Da man ja auch nicht mehr alles mitschleppen kann. Hm. Mhm. Da waren noch vier Squats. Einer ist allein. Oder hat 2-2. Ich habe mich gerade, wie der den Bogen hält. Weil normal zielt der über den Arm. Ja, aber so gesehen ist es so, dass er ganz normal zieht. Weißt du, dass der linke Arm die Führhand so ist, ne? Ja, und ich sehe ihn. Du siehst ihn über dem Schild, ne? Also jetzt gerade beim Schild. Ist ja bescheuert. Hä? Das ist die zweite Munition. Ja, wir sind sogar schon im nächsten. Wir sind im Ring-Ring. Ja, nur da kann ich dann nirgends mehr gucken. Nö. Achtung, liefere Kehrpaket aus. Kehrpaket von oben. Eine Gunst der Götter. Sehr ruhig. Mhm. Die Ruhe fallenst du. Mhm. Zwei weniger. Ja. Mhm. Bason 2 ist gut. Mhm. Jetzt weiß ich ja nicht mehr wie viele. Wir sind im Ring. Auf Treu und Glauben. Ah, da geht es gleich um 10. Wir haben wirklich Glück. Da landet ein Replikator. Wenn ich das Armschild ausmache, dann pack der ihn nochmal. Okay. Sonst packt er bei mir den Arm davor. Ach, nicht schlecht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist ja im Bogen spannend, aber... Hm. Er hat so viel Kraft, das geht. Klemmt den Arm dazwischen. Zwischen Schild und Arm und dann zieht. Da war ich noch ruhig halt. Okay. Einen runter. Zehn Leute. Dürften eigentlich nur noch wir dann als volles Krupp sein. Beziehungsweise elf. Ja. Ja. Sehen wir her, wenn es jetzt eins runter geht und drei sind... Dann war es nur noch in einer und dann haben wir... Hm, drei volle. Mhm. Zirp, 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 zirp. Viel zu ruhig. Ja. Sind auf der verkehrten Seite. Ja. Wahrscheinlich. Ich gehe eigentlich schon aus, sie kommen aus der Stadt dahin. Mhm. Wir müssen aber jetzt wahrscheinlich gleich auch noch laufen. Ja. Jede Wette. Wir werden es sehen. Ich liebe diese Dinger. Und jetzt einfach... Jetzt kommt die Zone hierher und wir bleiben hocken. Jo. Ich bin so gut. Gut, dass ich nichts zu laut gesagt habe. Mhm. Wieso? Sonst hätten wir es anders gehabt. Ich glaube, da oben weint einer. Ja. Ich glaube, da oben weint einer. Ganz weit weg rechts von uns. Kommt auch einer. Lief einer rum. Ziemlich in die Richtung. Mhm. Mhm. Da oben. Da oben drauf kloppen sie sich. Mhm. Ja. 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 Und da waren es nur noch drei. Ja. 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 Und jetzt? Bloß die Furze. Oh. Ring. Octane. 255. Sehr Richtung. Ja. 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 Ah, ja. 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 Kann nicht mehr weit weg sein. Naja. Wir werden es merken, wenn sie vor unsere Flinte laufen. Das könnte ne Krabbert sein, die Krabbert oder die Sentinelle sein, so wie der Wumms rauskommt. Könnte aber eher Krabbert sein. Oh. Ja, das Schild fehlt aber schon so ein Rage und Kleiner. Ja. Ja, das ist gleich nebenan. Ja, hinten ist eben wo einer. Oder noch was weiter links davon. Ja. Ja. Und da sind die anderen beiden. Versuchen wir rüber zu werfen. Geschenk für euch. Prost. Jo. Oh, ein niedergeschlagen damit. Nett. Geiles Ding. Ja, ich hab das Team ausradiert. Ja. Es ist nur noch Valkyrie da. Na super. Wir wissen natürlich wo wir sitzen. Und sie scheinen aber weiter weg zu sein, ne? Nee, die kommt gar nicht so weit weg. Ja! Wuuu! Die hatte ich strak vor der Nase, gerade wie ich da rauskam. Ja. Ich hab auch gedacht so, was? Ja, der Schuss hört sich viel weiter weg an. Ihr seid die Apex Champions. Ich hab auch gedacht so, hä, die gehört jetzt aber nicht dazu, weil mein Mann war hinter mir. Ja. Ja, ich geh raus, ich denk so, hä, warte mal, wo kommt die denn her? So, das ist null Schaden, weißt du, mein Mann, zwei Kills, die ist Kuchen, einen Kill, ich gar keinen. Egal.